Hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Deadman in den Kabinen. Ja, es steht gerade auf seinen... Ähm, es steht gerade auf seinen Bock, wollte ich gerade sagen. Oder habe ich gesagt. Äh, ich brauche nämlich Benzin. Es ist nämlich bald wieder Horde. Und ich sag mal so, meine Öltürme produzieren nicht das, was ich brauche. Also schon, aber nicht die Massen, die ich brauche. So. So, das heißt, ich muss jetzt, äh, in drei, vier Minuten so extrem viel Benzin zusammenkrieren, dass ich die zwei Flammis betreiben kann. Und das wäre ganz gut. So, ich gehe erstmal hierin. Vielleicht reicht es ja, das hier. Vielleicht ist es ja hier noch drin. Aber erstmal muss ich mit dem Weg hier freikämpfen. Hallo. So. Der Butcher, der ist da hinten. Den mache ich jetzt weg. Dafür ist die Knifte ja da. Die soll ja den entbutchern. Ach, dafür kriegt er ja von ihr ihn auf die Ohren. Nein, nein. Ist das? Hallo, ich hab doch... Achso, er hat ihn abgebrochen. Sie sollte abbrechen, aber hat's nicht gemacht. Blöde Kuh, die... Einen Moment. Hüßt, hüßt. Ey, was ist denn ein... Was soll denn, bitte? So nicht. Jetzt versuchen wir mal schnell hier noch ein bisschen Benzin. Und so zusammenkriegen. Ach du Scheiße, das ist schon wieder so ein Schreihals. Aber diesmal sind wir vorbereitet. Aber wie ist das? So schnell... Äh, so viele wie möglich. In kurzen Zeitraum. Das heißt, Autos nicht auseinanderschrauben, sondern bloß rindkicken, loopen, fertig, raus. Aber wenn ich das sehe, was ich kriege, könnte denn doch irgendwie Sekündchen dauern. Aber hier kann ich ja nochmal rinschauen. Entschuldigung. Musst du mal husten? Was ist denn los? Darf ich nicht husten, oder was? Ich hab mich doch gemutet. Was soll ja ne Schwert, Mädel. War doch ganz leise. Auch nur ihr Benzin. Mehr willigt euch an. Das ist nicht viel Benzin. Aber das ist ja hier Chemie. Vielleicht finde ich ja hier noch ein bisschen was. Ja, ja. Oh, hier. Nur Lappen. Hallo. Ist da Lappen? Ich hab mal kurz Probleme. Warten Sie mal kurz. Ich muss mal hier so. Genau. So, erstmal schon mal hier alle Dämonen vorausclearen. Das kann uns ein wenig Zeit ersparen. Spulen werde ich nie mitnehmen. Sind zwar gut. Ich tät die auch jetzt hier brauchen können. Aber ich brauche eher Benzin. Was ist los hier? Sieh mal bitte raus. Ja, wie gesagt, wenn sie am Nachladen ist, kannst du die Waffe wechseln. Das ist schuldig. Eigentlich logisch, aber für mich ist sie gerade nicht so gut. So, wie gesagt, abwehren wir mal schnell klären hier. Ich gehe mal davon aus, dass in den Schränken kein Benzin drin ist. Das wäre so nett von euch. Wenn sie hier Benzin drin schmeißen. Ah, ich täte ja überhaupt nicht dagegen haben. Hallo. Hallo. Muss ich da nochmal reingucken. Der hatte gerade den Weg sind ja gehabt, aber... Ah, da war der Hinten. Genau. Nein, nein, nein. Das darf nicht sein. Du kriegst kein Benzin, kein Öl, kein Schein. Ach, das kann... Und wird wahrscheinlich nach hinten losgehen. Aber wir werden es schon schaffen. Das ist ja kein Problem. Wir sind gerade im Training. Das ist ganz gut. Irgendwo wird schon Benzin sein. Nein, eine Münze. Nee, hier sind auch nicht schlecht, wie gesagt. So, Benzin? Nee, eine Batterie. Naja, hier wird knapp daneben. Aber auch verkehrt. Nee, nicht mit. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Aber dafür ist immer Zeit. Munition, das sind so Sachen, die ich mitnehmen kann. Wo ich gerade noch so sage, okay. Okay. Hier wird lauter. Keine Zeit. Das hat ihm zum Glück nicht interessiert. Das hat ihm zum Glück nicht interessiert. Benzin. Liebste ein Stück. Das ist ein Anfang. Kann von mir aus so weitergehen. Oder muss so weitergehen. Oh. Ähm. Äh, Houston. Ich habe da mal ein kleines Problem. Ich wusste ja nicht, ob sie es wussten. Lass mal die Steine hier. Steine. Steine jetzt nicht so wichtig zu sehen. Steine findet man auf dem Boden. Das ist jetzt eine Platte. Äh. Jo, ich ziehe mir das jetzt rin. Sterbe fast. Aber das hat mir Wert. Warte, hab ich jetzt. Ach so, ein Chip. Ein Chip. Ja, chipt mich doch der Herr. Entschuldigung. Jetzt eh nachdem, den ich nie herstellen muss. Den haben wir aber letztes Mal nicht bekommen. Nur ein Chip. Okay. Hier. Okay. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Wie gesagt. Was ich da. Für diesen. Keine Zeit für den Scheiß. Nein, daneben. Aha. Hallo. Aua. Uh. Aha. Keine Munition. Sackgasse. Hui. Keine Panik. Ich bin hier am Nachladen. Im Glück habe ich immer hier noch Waffen mit bei. Um so eine Situation zu kompensieren. Ja, was war den erwartet? Ist gleich hier oben stehen geblieben. Hu, hu. Äh. Was hätte da auch im Auge gehen können? Was? Dann kommen sie mal bitte rum. Ja. Ja. Und ja. Was haben wir hier? Ah. Das könnte ich gebrauchen. Warten Sie mal kurz. Ich, äh. Ich lasse mal. Ich lasse mal. Ja, was lasse ich denn hier? Ach, weißt du, was habe ich gesagt? Holz. Das kann ich. Alles später noch nachholen. So. Gut. Benzin mäßig ist das gerade. Wo ist er? Und schneller. Du bist doof. Doof wollte ich gerade sagen. Aber so doof scheint es nicht zu sein. Du hast mich ertroffen. Ach, Mensch. Nee. Benzin? Nee, kann jetzt nicht. Bin gerade am lupen. Und am nachladen. Wieder mal. Ah, oh, nee. Musst denn der Schuss dann hingehen? Wo kann ich mir einsammeln? Oh. Mach ich mal jetzt nicht. Wie gesagt, ich könnte zwar jetzt Dingetzen aufstellen, aber für Dingetzen habe ich jetzt keine Zeit. Dingetzen fällt jetzt aus wegen Essen. Schluckhof. Passend. Ey. 18 Benzin. Hab ich ja fastet, will er raus. Warte, ich hier in die Steckdauer um nie hierher zu kommen. Ein bisschen Munition. Krieg hoch. Ah, ja. Spür es. Aufwärts. Aber nicht viel Zeit, um aufwärts. Äh. Lass es aufwärts gehen. Gut. Also ihr wisst schon, was ich meine. Krieg mal davon aus. Ah, Kupfermäßig ist aber will er hier voll entkommen. Äh. Die hat sie schon wieder voll. Die hat ja mal ja nicht. Äh. Ist es mir zu früh, um wegzuschmeißen? Geh doch einfach runter. Wo hast du auch noch deine Pferd unten zu schienen? Nochmal. Hier hinz. Ne, meins ist besser. Ne, dann müsste ich nochmal hochlaufen. Darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Dann lasse ich das erstmal hier oben. Guck mal, hier seht ihr bei mir eine Karre rin. Was ich jetzt habe. Und dann ist es gut. Oh, lassen Sie mich bitte durch. Na gut. Täter im Kopf haben. Chemielabor. Mehr Chemiezeug und so. Könnte für uns ein Reibach werden, aber sehe ich jetzt nicht mehr so. Wo sie hier stehen. Schnapsnummer. Weil es ist eben halt so. So, das Buch lasse ich hier. Lasse ich hier. Batterie lasse ich hier. Jetzt schmeiße ich halt hier in. So, zack, wo ist es weiter geht? Ich habe keine Zeit. Jetzt bin ich aus dem Weg, Hase. Wie gesagt. Ich habe keine Zeit. Rämmchen. Dankeschön. Ich habe keine Zeit. Ich brauche Benzin. Hast du Benzin? Benzin. 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 Oh, hier könnte ein Buch drin sein, was? Weiß ich nicht. Es ist aber nicht. Hey, ein Reel. Na und? Hey, 21 Benzin. Es steigert sich langsam. Ich guck leiser. Jetzt. Bei Ihnen im Kino. Oder demnächst im Kino. Na ja, gut. Wenn ich jetzt Holz und Eisen, wie gesagt, sammle, kann ich mir auch, wie gesagt, die Pfeile herstellen. Die, ich benötige. Und zwar sehr, sehr viele und sehr, sehr schnell. Gut. Ich könnte bis 19 Uhr strecken. Aber dann ist wirklich Feierabend. Dann müsste ich aber wirklich so ganz schnell nach Hause. Boah, ich hoffe, naja, gut. Morgen. Äh. Es liegt Benzin, wie gesagt. Hilfenfläche. Und Munition. Raketen technischerweise herstellen. Ja, nee, ist klar. Ich geh mal wieder weg. Und Glück. Alle so. Gehenrei und Glied. Warten Sie bitte. Das kostet mir alle Zeit. Hier. Pille, meine Ahre. Ah, nee. Sind die ausgerechnet jetzt auftauchen? Ach, Mann, schon will er daneben. Was mir das immer an Munition kostet. Ja, hi, oh, Pais. Ja, gut, ich bräuchte eigentlich bloß mal infizieren, wa? Dann täten wir das Problem auch nicht haben. Nee, nee. Mann. Ich möchte diese Knifter haben mit mehr Munition drin. Täter das gehen. Geht ihr mir total entgegenkommen? Hey. 21 Benzin. It is Wahnsinn. Ich krieg hier schön Benzin. Ich hab da was schreien gehört. Dann kommen Sie mal. Ja, aber sie erwartet. Mensch, nun lasst ihr doch nicht alles aus. Na, nee, so. Pais. Pais auf. Er kommt gleich. In dem Moment, wenn ich... Ah, warte mal. Das kriegen wir schon hin. Ich hab die Tür im Blickfeld. Ich hab's dir gesagt. So wohl gedacht, wa? Nein, nein, mein Freund. So nicht. Ja, gut. Ja, gut. Also, für die Wüste ist das ja alt Knorke und so. Alt Schnicker. Aber sonst... Das wird nicht gut. Achso, hier hab ich ja schon drin geschaut. Oh, nö. Oh, nö. Schön daneben geschossen, aber trotzdem tot. Mordsding. Das ist... Ach, das ist ja nur eine Stunde, was ich jetzt bei mir drin hab. Auch nicht grad viel. Gut. Den Haus machen wir noch. Dann müssen wir aber wirklich zurück, weil sonst brennt die Luft. Mindestens. Wenn nicht noch mehr. Warten wir mal, schmeiß ich hoch hin. Schön ist, ich brauch bis jetzt weniger... Oh, oh. Brauche weniger herzustellen. Wie die gerade sagen. Es tut mir leid. Du standst mir gerade im Weg und ich konnte gerade keine Rücksicht auf Verluste nehmen. Da musst du jetzt durch. Muss ich ja auch. In der Zeit. Bei Benzin. Erstmal den Dicken hier. Tut mir leid, aber er ist ja nun... Ach, schon wieder. Er ist ja auch nicht der... Ach, nee, jetzt sind's so jetzt wie hier. Die ist noch gar nicht tot. Und dann kommen wir. Down. Und der noch. Was sind die anderen? Alter. Das ist immerhin, ich kann das nicht mitnehmen. Also kann schon. Ich spiele das Scherz drauf. Den Scherz, das kann ich immer noch wegschmeißen. Äh. Ei, 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 ei. Sind nämlich mit. Verdammt, Mensch. Jetzt schmeißen sie mir sowas entgegen. Wie unfair. Ich brauche ich Benzin. Das sind die alle nicht raus wie Benzin. Da hinten ist noch eine Kiste. Das sieht nicht gut aus, Tim. Gut. Okay. Halten wir fest. Bis jetzt. Nicht so gut. Hallo. Oh ja. Probleme gelöst. Aber das war doch wert. Aber dann müssen wir doch nicht nach Hause. Ach. Sind wir vom Funden drin? Äh, letztes Mal drin? Nee. Eigentlich alle die Wesen. Er kriegt eine Krise. Dafür habe ich jetzt Munition verschwendet. Ach, hier unten sind ja auch noch Kisten. Ach, wenigstens ein bisschen Munition. Hey, das wird die Benzin. Gut. Wie gesagt, ich werde das verteilen. Soweit wie ich hinkomme, komme ich mit hin. Nee, so, nur ein bisschen Benzin. Der hat zwei Schreihannis immer. Äh. Hat das nicht gut. Äh. Warum bin ich mit dieser Chase Angelzeug los? Geht mal mal so machen. 18 Uhr. Das wird mal eine spannende Sache. Aber wie gesagt, ich musste bloß rinschmeißen. Die Pfeile machen. Die Bolzen. Und dann überleben. Kann ja nie so schwer sein. Schrei nicht so. Da ist ja noch eine. Also mit der habe ich nicht gewartet. Äh. Gerechnet so rum. Ich würde mal sagen, wir verpieseln uns. Das wird hier nichts. Das hat mir wieder Munition gekostet ohne Ende. Ja, gut. Das war ein Versuch wert. Na ja, ein bisschen haben wir ja auch noch. Ein bisschen haben wir noch eingelagert. Die Karate auch noch irgendwie Tröpfchen. In Inventar habe ich auch noch ein bisschen was. Ja, gut. Komm. Völle mehr hatten wir letztes Mal auch nicht. Und hätten wir uns nicht ein bisschen verwackt. Wären wir auch durchgekommen ohne zu sterben. Na ja, ist gut. Passt du mal ein bisschen Öl? Na? Ne, natürlich nicht. Ne, da vielleicht noch eins. Wie ihr seht. Ja, ja. Jede Bisse zählt. Jede Tropfen. Jeden Tropfen. Ah, siehste. Das wäre so, ja. Da könnten wir da ein paar Zombies sein. Die da durchdrufehen. Wie gesagt. Jede Tropfen zählt. Na ja, gut. Wir liegen doch gut in der Zeit. Will er zweier. Siehste? Irgendwie auch noch anhalten müssen. Achso. Gar nicht mehr. Und hoch da. Hiha. Oh oh. Brauna. Alles gut. So. Gut. Ich bereite mal vor. Und wir sehen uns gleich wieder. Weil du könntest ein paar Sekunden dauern. Wie viel habe ich denn hier überhaupt noch drin? Wie viel hat er letztes Mal verband? Ach, da hier ist ja auch noch ein bisschen was drin. So, wie gesagt. Das habt ihr hier gesehen. Da 100. Blablabla. Das geht noch raus. Aber das ist ja die Standardmunition. Hier haben wir 400 drin. Da hier auch 400. Wie ihr seht. Da habe ich jetzt bei 488. 80 Schuss mit der AK. Das ist mehr als wir war letztes Mal hatten. Das ist viel, viel mehr. Oh. Die stehen. Der Benzin ist fertig. Zweimal am Eintag. Naja. Das Eisen ist noch nicht fertig. Was kriege ich jetzt? Da jetzt müsste hier irgendwas große drin sein. Tiere ist es. Neuner. Yes. Ja, ja, ja. Ja. Ja, hier im Ton hat noch was. Tätig ja eigentlich noch. Was ist da was? Ich werde das in Raketen investieren. Das werde ich jetzt machen. Dann haben wir schon mal was auf der hohen Kante. Wir wissen zwar nicht, ob wir das heute überleben, aber... Bisher haben wir den für das nächste Mal. 150 macht den Kohl auch nicht fett. Gut. Also. Dit raus. Dit raus. Ich werde ich mal schnell... Umbauen. Äh. So rum. Krieg ja doch noch... Hey, Junge. Das war knapp. Krieg ja doch noch ein paar Raketen. Ich würde mal sagen, das sind so ja noch mehr Raketen als das letzte Mal. Na ja. Okay. Würde ich jetzt nicht unterschreiben. Jetzt machen wir 24. Hm. Ha. Toll. Na gut. Na, ein bisschen wat. So ein Schiederbau. Na ja, gut. Ist ja schon benzinteuermäßig. Aber das ist schon mal was wir nächste Mal nicht produzieren müssen. Ja. Boah, ich sag mal so, wenn wir jetzt in der Stadt drin kommen beim nächsten Mal, geht mal davon aus, dass ich doch da... Boah, ja, gut. Mal so ins wir mehr haben als letztes Mal. So ist die Giant... Nee, Moment mal. Nächstes Mal Giants sind ja will er bloß Ena, ne? Darauf denn will er Zwea? Ach, keine Ahnung. Da waren es jetzt durchgehend immer Zweier. Sehr. Interessante Frage. Keine Antwort drauf. Na ja, gut. 18 Benz, 7, wie gesagt. Meine Puppe ist nie aus der Kiste raus. 13... Äh, 31 so rum. Na ja, gut. Na gut. Später haben wir 23 Uhr. Gleich los. Gleich kriegen wir eh einen Ofen zahlen. Ja, ja. Warten Sie mal, ich werde mal ein bisschen... Schmack-Ufatz, eh mal ditte, eh mal ditte. Denn es deckt sich das schon mal. Dann werden wir uns mal ein bisschen verköstigen. Es wird köstlich, wird doch... Ach, hier war es ein bisschen mehr als gar nichts, ne? Oh, Fisch gibt ja nichts, ne? Nee, Energy-Lebens-Szene. Ah, passt. Also bloß, nimmst Energie wieder. Ist ja bloß für sechs Stunden. Ne, bloß. Na gut. Das ist so, wie es ist. Das könnte ich eigentlich auch noch verarbeiten. Woher zwischendurch snackt, war das ja ja nicht so verkehrt. Wie gesagt, Trutböhr, ja, hab ich ja eh in zwei Stücken. Oh. Hab ich. So. Ander Ding. Der Kabinett zwischendurch. Geh mal durch, Furchtchen. Und sobald die losrumsen tut, wissen wir Bescheid. Wie weit. So kann die Gütze. Und die Metze. Ja, da Trutböhr, ja, wird nächster. Fast Food bei uns für die nächste Zeit. Ah, wie gesagt. Ab und zu muss man hier mal durchwischen. Und da war grad mal ein Stachel. Ja, ja, zwei. Da hinten in der Ecke war es ja schlimm, ne? Oh, hauen wir eh in der Nickel. Falt mir jetzt erst richtig los. Das wird zwar für die Horde nüscht, aber... Na ja, gut. Für das nächste Mal. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Alter. Es sind schon ein paar Gehflügel. Und wenn sie von der Stadt kommen, haben wir ja so oder so noch ein bisschen Zeit. Und da hinten geht er weiter. Ja, es geht los. Welche Richtung schießen nach vorne? Gut. Ja. Da kommen sie schon. Und sollte mich auch in die Richtung drehen, ma? Macht die Sache viel einfacher. Also nicht einfacher, aber... Erstmal angenehmer. Wenn jetzt ein paar von hinten kommen sollten. Genau. Die wilde Horde. Haben auch Probleme. Da sind sie. Ach so, da sind ja auch welche, die schießen, ne? Würde ich nicht unterschlagen. Na, kommen sie mal. Kommen sie, kommen sie, kommen sie, kommen sie. Die Explosionsdudels sind auch da. Die mal nach oben. Feuer technischerweise ist das nicht so verkehrt. Und die sagen, die machen dann eben von hier runter schießen und dann ist es gut. Erstmals safe. Da rollt ein Kopf. Ey, lass heute die Köpfe rollen. Na schön, wenn die Maschinen hoch angeschlossen sind. Siehst du? Bringt das gleich mehr. Oh. Alter, die Kniffte wollte ich nicht gleich losschießen. Die war erst mal selbst geschockt. Damit hat sie nicht gerechnet. Ey, der dampft noch. Er ist gut durch. Ja, ja, komm hoch. Du kennst den Weg. Das ist immer derselbe. Na, kommen sie, na, kommen sie. Na? Gut, wie gesagt, man könnte hier noch die Türen setzen, die man denn in Notfall schließen könnte, aber dann würden sie die Mude kaputt machen. Wenn sie ernst doof löft. Dass der Schredder immer noch so gut funktioniert. Das ist ein Traum. Alter, und das ist alles noch nicht aufgewertet. Ey, ihr seid mir zu schnell. Obwohl ich das eigentlich gewöhnt sein müsste. Zu viel, ich bin abgelehnt. Hey, 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 hey. Nicht auf mich schießen. Hier sind genug Zombies, die ihr killt werden wollen. Warte, mir das kostet. Oh ja, gut. Die Hälfte ist schon mal weg. Ich habe keinen gestrückt. Warte, ich brauche. Tätig noch zusammenkriegen? Noch ein bisschen. Die ersten paar Spikes. Lassen Sie mich durch. Ich täte den Job haben, um es zu reparieren. Ich seh. Hallo. Hallo. Reparieren. Nachladen, mein Dick. Keine Panik. Hab alles unter Kontrolle. So, fast. Tätig jetzt mal sagen. So, wie sieht es denn bei euch aus? Seid ihr zufrieden? Ja, ja. Sieht doch gut aus. Nicht verkehrt. Sie rechnet jetzt so schlicht mein Gruß ein. Was fällt ihnen denn ein? Also, ich könnte so ja die Karre nochmal nachladen, weil ich 25 auf die Tasche habe. Ich habe es auf die Tasche. Und das Ding ist fast alle. Na ja. Ganze sieben Stück habe ich noch extra. Wir sehen das Problem. Na ja, gut. Wie ja, das ist das Problem, dass hier alle einzeln angeballert werden. Abgeballert werden. Ich würde gerade sagen, ich nehme mal aus. Das ist ja Blödsinn, ist der da. Aber ich würde mal sagen, das war das denn war so ungefähr. Ne, hier ist er noch. So, nur. Wieder kriegt nicht mehr. Ja, Christoph will er zurück. In Batschigang. Oh. Jetzt nicht viel, aber wenn du damit die Zoumies wegkriegst, sind die Zoumies weniger. Genau. Komm ich hier vielleicht hier hinten noch irgendwie an den Stuff ran, weil das ist ja Plastik. Dankeschön. Dankeschön. Äh, falsche Taste. Nicht das erste Mal. Schade. Ich habe gedacht, ich kriege jetzt ein bisschen mehr. Zusammen. Die Seite könnte ich verarbeiten. Denn T-Di-Kabela Plastik haben. Nimm ich. Ich nehme alles, auch wenn es gut ist oder schlecht ist es mir total wumpe. Okay, noch mal kurz hier gucken. Oh. Auch nicht so angenehm aus. Total tot hier. Ja, Speicher erst mal abspielt. Hallo. Aha, daneben. Die Quieswarte treffen wolltest, aber hast du nicht. Äh, zu spät. Geht auch Türen ein, die. Hey, hey, hey. Hey, hey. Sag doch, dass ich hochgehen soll. Ach so, ich brenne ja schon. Ich brenne ja schon. Hä? Der macht ja schon Schaden, feuermäßig. Der Jude dafür schilft, will er. Hey, wir haben ein Uhr. Das ist doch schlimm, wenn wir mal kicken würden. Und James wären da. Da täte ich mich ein bisschen beunruhieren. Soll ich mich hier unten drauf konzentrieren, ne? Stell mich jetzt hier hin und warte das Ende ab. Nee, das kann ich nicht. Da bin ich völlig zu fibbelig. Ein bisschen rumballern muss ja auch Sinn. Ich glaube, dass das schon ein Uhr ist. Ja, wie gesagt, eh mal die große kommt ja erst noch. Das ist ja noch nie alle. Warte mal hier so. AC. Äh, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wir sind wirklich ganz süd am Start. Wie gesagt, ich bitte. Ach so, Vitalität wollte ich ja als nächstes machen. Ach, beim nächsten Mal. Das wären nicht die letzten Punkte gewesen. So, geh mal davon aus, dass du leer bist. Genau. Wir haben immer noch Zeit. Und so wenig Munition. Oh, da kommt jetzt Ina hoch. So, geht Willa runter. Komm Willa hoch. Geht Willa runter. Äh, der Butcher hieb mit. Blick hoch. Und überboten. Den hab ich ja wohl mal voll überboten, die Jungen. Da liegen sie. Oh, das ist erst eng, nur. Na gut, ich hab noch 300 Schuss. Damit kann man noch was machen. Nee, nee, Mädel. Guck mal. Oh, siehst du schon ganz schön angefressen aus. Du kannst ja nicht wie gesagt, das muss auch aufgewertet werden. Wie es ja nicht wurde zuerst hinschauen sollst. Eine Reizüberflutung. Nee, nee, du kommst hier nicht hoch. Das schlimmste Benzinesklärer, ne? Tätig mal jetzt so sagen, ne? Ja, so ungefähr jetzt. Ungefähr jetzt sind alle. Das ist nicht gut. Das heißt, der Rest ist Muskelmasse. Oder Munitionsmasse. Gehen zum Binnen. Genau, zerbrösel. Moment mal. Da tätig ja noch was haben, hatte ich ja gesagt. Kriegt das jetzt verbröselt oder später. Das spielt kein weiter. Kriegt das hier immer schnell auseinandernehmen. Oh, ganze sechs Stück. Das wird das sein. Das wird uns so weit von helfen. Ach, schade. So, schön an mir vorbei, ja? Plummy? Geht dir sehr nett sein, wenn du das schaffen könntest. Dass ich hier noch ein bisschen Plastik einsammeln kann, dass du auch noch ein bisschen durchziehen kannst. Du bist nämlich nicht sparsam. Nur mal so nebenbei. Falls interessiert. Ganz acht Benzin noch. Äh, ja gut. Mal gucken, wie weit war mit 18 kommt. Ich müsste da auch noch einen Zwischenschalter machen hier oben, dass das bloß für die fetten ist. Also, wenn die fette Welle ankommt, hier die kleinen Kleckerdings braucht ihr eigentlich an, ja nie. Ah ja, für nächste Mal. Ich bin schon nie gestorben. Also, bis jetzt bin ich noch nicht gestorben. So. Äh, genau. Da auch noch mal. Und da auch noch mal. Wer will, wer will, wer hat noch nicht. Ah, das ist noch ein bisschen Plastik vielleicht. Für mich. Hey, da bummst noch was. Oh. Ui. Da täte ja was kommen. Sieht's gerade auf mich zukommen. Äh. Da müssen ja eigentlich hochdut sein mit Kniffen und so, ne. Also. Das ist ja die letzte und so. Genau. Ich hab schon ballern gehört. Das ist nicht Ballerton. Haha. Nee, du gehst mal wieder runter. Du bleibst hoch unten. So. Du bleibst unten. Na, komm. Nee, ihr bleibt alle unten. Ich hab für euch keine Einladung. Du kriegst kein Blümchen von mir. Ja, ja, der kommt, der kommt. Ich seh, der kommt, die kommen. Also, die kommen nicht mit. Ich meinte, er ist erschienen. Und wie gesagt, Munition, solange da ist, ist da. Ja, bin ich ne Gebernatur. Klobe? Das könnte ja fast alle gewesen sein, na? Nee, nee, nee. Du spruchst nicht noch mal, Junge. Ich glaub, wir haben's geschafft. Mit so viel, äh, Zombies und so wie ein Einsatz. Nee, du. Ich glaub, ich hab'n Soundbuck. Gegentreten. Das funktioniert nicht. Na gut, warte, halt mal von der Sache. Halte davon, dass ich zu wenig Benzin hab. Immer noch. Die brauchen Raketen, aber Strom ist neu genug da. Ich glaub, ich muss mal abspeichern. Das waren ihnen zu viele Zombies. Ah, wie gesagt, Benzin. Benzin ist das neue Yolte hier. Oh, die haben Tweety zerschossen. Oder ich warte, der fießt auch nicht. Na ju. Hey, sie. Die kommen bis sehr spät. Aber nicht so schlimm. Die haben ihren... ihre Dudes verpasst. Aber ganz knapp. Hier ist so viel Müll rum. Äh. Gleich. Na gut. Das heißt. Äh. Na ja, gut. In zwei Meter werde ich schon damit kommen. Das wird... Das wird... Ach nee, hab ich auch noch 60 drinnen. Hab ich da wohl ein bisschen Benzin unterschlagen? Könnte sein. Nee, könnte nicht sein. Ist so, ja. Weil es ja ein Ist-Zustand. Aber das ist ein anderer Ding. Gut, dann schmeiß ich das hier erstmal rin. Für das nächste Mal. Da wär mal wohl... Einer oder andere Autor luten müssen. Die Dicht nicht dran vorbeikommen. Schon mal ein bisschen Platz hier. Nee, warte mal. Ich muss wieder zurück. Das jetzt nicht schmissen. Nee. Doch. Oh. Gut, eh halt. So, dann schmeiß ich das nochmal rin. Dann würde ich erstmal sagen, Tschüssi, Kowski. Bis morgen. Ja, hier drauf müssen wir erstmal aufbauen. Aber gut. 60 Benzin. Wie gesagt. Stadt. Wir sind in Kommien. Also, wir sind in Kommien. Zwei Richtung Stadt. Also, ich bin raus. Tschüss. Tschüss.